Fött, die Stadt der Quelle. Dieser Slogan galt 82 Jahre lang für die Stadt am Rande von Nürnberg. Heute ist das Versandhaus Pleite, fast abgewickelt. Die Lichter im Quelle-Kaufhaus sind größtenteils erloschen. Das Aus trifft 4000 Arbeitnehmer in der Region, die nun versucht, dem Strudel der Insolvenz zu entkommen. Horst Müller, Wirtschaftsreferent der Stadt Fött, bringt die Lage auf den Punkt. Na ja, die Lage ist sehr ernst für Fürth und für die Region. Wir haben einige tausend Arbeitslose und zwar auf einmal. Das hatten wir so in der Vergangenheit nicht. Wir hatten zwar Grundlik zu verdauen und auch AEG, aber da vollzog sich das in mehreren Jahren. Insofern ist die Lage schon sehr ernst. Sehr ernst heißt in Zahlen, dass die Arbeitslosenquote von derzeit knapp 8 auf 11 bis 12 Prozent hochschnellen wird. Somit entgehen der Stadt Einkommenssteuern, deren Größenordnung sich derzeit noch nicht beziffern lässt. Oberbürgermeister Thomas Jung hält die durch die Quelle Insolvenz verursachten wirtschaftlichen Folgen teils für gravierend, teils für überschaubar. Auf jeden Fall aber hat die Pleite die Stadt psychologisch hart getroffen. Finanziell ist es kaum zu spüren, denn ein Unternehmen, das seit Jahren keinen Gewinn mehr macht, zahlt auch seit Jahren keine Ertragssteuern mehr. Aber was natürlich die Arbeitsplatzverluste angeht, die gehen bis hin zum Metzgerladen, die gehen in Sicherheitsgewerbe, die gehen in die Druckereien in der Nachbarstadt. Das geht zur Post und überall hängen auch wieder Förderfamilien dran. Also wir erwarten hier schon den ganzen Winter über eine ganz harte Zeit. Harte Zeiten stehen nun auch für Andreas Siegmann an. Der Einzelhändler betreibt einen Laden direkt neben dem Quellekaufhaus. Nun droht er im Strudel der Quelle Insolvenz unterzugehen. Wir stehen eigentlich jetzt ganz schlecht da. Wir haben also vorher circa am Tag mindestens 300 Kunden gehabt. Jetzt liegen wir noch beim Tag 100 Kunden. Und bei meinen Artikeln, Tabakwarenzeitschriften, da kann man nicht mehr von leben. Das Aus für Siegmanns Laden ist vorprogrammiert. Lange wird es das kleine Geschäft nicht mehr geben. Ein Schicksal, das dem Vierter Theater und dessen Intendanten Peter Müller erspart geblieben ist. Denn mit der Quelle Pleite brach einer der Hauptsponsoren für das Schauspielhaus weg. Doch schnell waren neue Einnahmequellen erschlossen. Ja, die Insolvenz der Firma Quelle hat uns insofern doch hart getroffen, weil ein mittlerer fünfstelliger Betrag, das sind ungefähr knapp 10 Prozent unseres gesamten Sponsoren, Aufkommens, durch die Insolvenz verloren gegangen sind, an Sponsorenleistungen des Stadtteaters Fürth. Besonders attraktiv ist Fürth bei jungen Familien, sagt Baureferent Joachim Krause. Die Stadt gewinnt permanent Einwohner hinzu. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, hofft Krause. Es ist ja, uns erreichen auch noch keine Meldungen, etwa von Bauträgern, dass das Baugeschäft einbricht. Wir leben bisher auch schon deutlich von Zuzug in Fürth und betreiben eine Wohnungspolitik, die sehr stark auf attraktive, preisgünstige Standorte setzt. Und ich denke, diese Qualitäten sind in der Lage, auch solche schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen auszugleichen. Das Ende der Quelle-Ära trifft vor allem den kleinen Mann in Fürth hart. Das zeigen die Gespräche mit den Betroffenen vor Ort. Sechs Wochen nach dem Untergang des Versandhauses sitzt der Schock noch immer tief. Quelle ist und bleibt das beherrschende Thema bei den Förtern. Doch die Verantwortlichen der Stadt zeigen sich zuversichtlich für die Zukunft. Schließlich haben sie nach dem Ende von Grundig und AEG viele Erfahrungen mit Pleiten sammeln können. Vielen Dank.